Der hässlich, Lange! Blüm ist, er kann nicht mehr was dafür. Wo wir gehen dann? Ne, blick mal nur, guck was da hinten ist. Achso. Der hat noch Sultan. Der hat schon mal links. Ach nee, das sind die paar Gebäude hier davor. Achso. Gleaschen. Wir haben den Blumen. Hier ist der Rote. Na, der Zina darf jetzt hier so ein Opfer drin ist, schießt ihn in die Fresse. Ich wysi immer oben. Tschüü. Ciao. Peace Jawoll alter geil Schrot man nie bekommen Super Kann man das nicht kombinieren? Wie? Was hab ich denn hier gefunden? 308 Runes, 3 Stück Äh in dem Rucksack war schon was drinne? Seh ich gerade Geil Alter Jetzt habe ich erstmal eine schöne goldene Halskette drum Haha sieht das geil aus Wut? Ja man Hatte ich auch noch nicht Keine Scheiße Toll, Shotgun ohne Muni Geil alter, komm her, ich schieße in die Fresse Auf Seiten jetzt Äh ich bin in diesem roten Haus Mit diesem Zweiten Meere Hey hier ist ein Ahn Kann ich nicht klatschen? Oh ich hab mich glaube ich selber gehauen Geht das? Jetzt Surge Corps Geile Scheiße was ist das hier Anime Fat Toll, Alter, genauso Geil Haben alle durch Das linke war jetzt nicht drin hier Dauer passt die Hier noch drin Hier weiter Oh ne Idee Dann noch eins Oh Alter Irgendwo wieder, Ärger sucht. Der war doch grad hier. Hinten ist er doch, versteckt sich der Assi. Steck mich auf der Hauptstraße. So was hab ich auch noch. Wie geht das? Wie geht das? Ja. Scheiße, Mann. Drei Stück sind das, okay. Wieso hast du mehr geworfen? Ne, drei Stück hab ich geworfen. Ne, ne, ich hab mich mehr geworfen. Alter, wie viele hier rumliegen? Zehn Stück, das hier liegen. Wie ist auf einmal leckt der hier? Jo, lass weggehen, komm. Boah, Alter. Hier steht's doch, Slow. Slow, Scheid. Ja, ich hab mich nicht leckt, Junge. Du wängst so beißchen Licht an. Ist ja überhaupt nicht. Dreckspiel gefällt mir die Instalierung. Das bringt. Das bringt. Da liegt ein Schalz. Und dann kommt ein Schalz. Heißt ja, das ist nicht gut. Und dann kommt ein Schalz. Was heißt der Jaja? Ja? Ja, ja? Nein. Ja, logisch. Warum so? Du hättest dich das Arsch noch. Jetzt mal. Okay. Wir sind ja bei dem Taxi. Alle Räder, ne? Ja. Eigentlich alles. Ja. Würde ich sagen, kurz Tankstelle und gehen mal. Nein, Digga. Kann nicht oben. Inventuell jemand. Könnt nicht. Ah, hier liegt schon mal Batterie, ne? Hier ist einer. Hier ist einer. Egal. Was? Hey. Ergreif mich an, er greif mich an. Ja, komm her, komm her zu mir. Ich hab ihn, ich hab ihn zweimal getroffen. Das gibt's nicht. Ja, ich hab ihn zweimal die Presse geschossen. Mit der Popgun. Mach's mich doch nicht, Alter. Ich bin tot gleich. Ja, das macht der, Alter. Ach, du lebst noch, oder was? Jetzt. Ach, der ist auch tot. Ey, ich hab den zwei, ich hab den zwei von drei Füßen getroffen. Wohm ist der nicht aufgefallen. Du, nur noch 19%, ey. 14%. Ja, guck bei mir. Loot mich. Ich hab unter Racks dabei alles. Achso. Äh. Ja, ich. Das auch. Das find ich scheiße jetzt, ey. Ach, du bist tot, okay. Das ist großer. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. 13%. Ich glaub. So. Ich hab noch Racks. Oh, hier sind fünf Racks drin. Komm her. Warte. Mir geht's gut, eigentlich. Achso, okay. Was? Aber du willst einen Schuss mit der Pumpgun direkt in die Fresse und musst du nach oben fallen, oder? Ja, du warst schon. Er war doch direkt vor mir. Ich hab abgedrückt. Okay, bei mir geht's hoch, bei dir? Ja, langsam. Okay. Naja, ich versuch mal, euch auch wieder aufrecht aufzuschließen, irgendwie. Boah, so ein Bastard. Lootet mich ordentlich. Du hast eine Weste, cool. Ja. Alles. Okay, bei mir ist... Ich glaub ich alles von dir. 25. Gut, denn hier kann man auch noch ausziehen. Komm mal, was hat man denn da? Oh, lass mir mal seine Weste bitte nehmen. Jo. 15%. Yeah. Alter, einer hat das ganz schön zugerichtet, gell? Ja. Äh, find ich grad ein bisschen heftig. Äh, hast du die Pumpgun? Ja. Ich hab noch... Der hat noch drei Schuss gehabt hier, der Typ. Ah, nice. Warte mal, ich leg das hier gleich hin. Hm. Da ist die Batterie gespawnt grad. Ne, die liegt schon seit wir hier sind. Ah, hier vor mir, vor mir. Genau. Ah, ich wüsste wo ich bin. Ähm, ich bin grad da in dem Schild, wo wir uns schreiten müssen. Wir müssen noch mal hingehen. Wir gleich, oder? Okay, super. Was? Super. Wir fahren nicht so gut. Wir hätten ihn einfach gleich killen sollen. Ja, aber es macht ja keinen Spaß, wenn die nix haben. Was hat er gehabt? Hier liegt ein Rad noch rum. Hat mir schon drei Räder. Seid ihr reine? Einer rechts ins Haus? Ja. Ich bin links. Ich geh' weiter gerade aus. In das rechte zweite Haus. Ja. Geil. Bier, Alter. Schütt rein. Alter, wie viel ich hier finde? Noch ein Bier. Ja. Inzwischen. Kin Mini-Porto. Alter, Kontakt. Wo? Bei mir. Du musst du lang. Was? Die Straße vor oder links? Ach, da. Oh, wo du siehst. Hallo? 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 Komm, ich sag' laufen. Ach, der gelbe Typ. Zwei Mann, ne? Einer, oder? Das bin ich. Das bin ich. Ich tu auch was hin. Gut, der hat meine Waffe gesehen. Ich hab' den Deckel. Komm her! Komm her! Pass auf, nicht sein zu einer Falle lockt. Schau. Warte. Oh, der hat weg. Oh, der schwarze Limousine. Komm mal her. Ich hab' gerade ein Haus. Ich hab' das ganz gutes Zeug. Kann man nicht fahren? Stimmt nicht Der lootet hier Bei mir Können wir wieder Läuft man die Straße weiter Richtung Limousine? Ja Rechts oder links von der Straße? Läuft man die Straße? Läuft man die Limo? Ein Stück weiter Rechts kommt ein Blaues Haus Gegenüber Das ist ein rotes Haus Ich bin da vor der Tür Ja, bin auch da Da ist er drin Geh rechts Ich rein gehen Okay Ich seh' nur nicht, ich glaub' der ist hoch Warte mal, Unterpumpe würde ich nicht probieren Wer hat den Motorrad-Helm auf? Ich Weiß man, wo ist denn eigentlich mein... Bleib du hier und fang du ihn ab, wir gucken, wir schau' ich ihn raus Ja, ich steh' mich direkt vor der Tür Wenn er rauskommt, schießt ihn direkt in die Fresse, Alter Ich bin da Warte ich Jünger Tot Es tut Sie ist schön Der, den hast du geholt. Du musst mal weiter weg. Trade kill quasi. Ich werde nicht alles looten können, weil der hat einen Haufen Dosenfutter drin. Da ist er. Zwei Shotguns. Zwei Shotgun hat er. Du kannst doch zwei Gewehre auf die Rücken machen. Hat er Muni? Nee. Keine Ahnung. So, luke du mal den Rest. Kann ich mehr nehmen. Aber ich werde es auch ganz schön was essen. Alter. Alter, sie hat eine Ehe in der Einzelmannpuppe. Die hatte ich. Knopf. Ich glaube ich bin östlich von Pine Quest. Keine Ahnung. Ich habe jetzt meinen Karabiner und die Pumpe auf dem Rücken. Hast du noch die andere Pumpe an den Mann? Basti? Ja. Mach ich. Hier finde ich kleine Pistolen im Zwischen. Er hat einen schwarzen Ruckzack. Das wäre ja nicht schlecht, gell. Den hatte ich. Eher auch. Fünf Pantagen, Alter, hat der. Ja. 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 Ja.